So, Leicester. Ja, Premier League. Es gibt nicht viel zu sagen, außer mit Son haben wir verlängert. Drei Jahre wird er jetzt noch bei uns spielen. Ja, Angebot für Williams gekommen. 3,9 Millionen. Man zögert noch, ob man es annehmen soll. Wäre natürlich wichtiges Geld, um eventuell den einen oder anderen Spieler zu holen. Aber noch und fix es. Eins ist fix. Gegen Leicester will man wieder Punkte holen, um sich jetzt in diesem Tabellenmittelfeld zu sichern. Mir Saga jetzt in der Kampfhandschaft. Abwehrchef bleibt trotzdem noch Meier derzeit. Für mich ganz klar. Sollte Williams wirklich gehen? Möchte ich jetzt noch keinen Nachfolger benennen. Benennen. Eigene Sache. Vielleicht wird auch mal gesucht auf dieser Position. Ja, ich bin so, Warte wird uns nach Dieter Saison verlassen. Der Vertrag wird hier nicht verlängert. Der Vertrag wird hier nicht verlängert. Das war das. Und da ist die nächste Riesenmöglichkeit. Oh mein Gott. Raus mal. Ja, ist er schon. Ja, ist er. Ja, ist er. Ja, ist er. Und da haben wir einen guten Riecher gehabt, den in die Schleife zu geben am Anfang. Wie gesagt, bis jetzt der einzige, der sich konstant gut gehalten hat. Boah, wie nah. Kommt noch ein bisschen zum Künstler. Ja, ist er. 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 Das war's. Ja. Ja. so hat sich derzeit daheim gegen läster freut mich natürlich sehr derzeit das spiel auch ganz okay bis auf die ersten anfangs ich glaube wir haben mittlerweile die schlechteste abwehr auch nicht mehr ich habe noch was in der tippe Sie machen sich auf der Seitenlinie bereit für seinen Einsatz. Das ist mein neuer Zugang, der nächstes Jahr kommen wird, das ist der Mittelfeldspieler, also ein defensiver Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler Mittelfeldspieler Kramaric 2 zu 0 und mit diesem Treffer ist für mich auch eine Entscheidung gefallen, mit diesem Wechsel. Er hört nichts. Kramaric. Die Rufe wurden laut für einen Wechsel. Mit der Weile. Oh mein Gott. Blackout. In der kompletten Abwehr. Bei Exeter und auch bei Linus. Korsi. Servus zu weit. Vergedeckt. Kramaric ist im Griff. 20 Minuten. Kramaric. 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 3-1. Dritter Kramaric. Kramaric. Nach ersten 10 Runden hat man wirklich um diesen Platz hier in der Bärmle gezittert mittlerweile, glaube ich. Und hoffe ich, dass das nicht mehr so weit kommen wird. Kramaric. 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 krogerunals ‑ Kramaric. 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 der 2 zu sparen lässt er lässt sich locker 87 minuten erzeit draußen zahlt außerdem arbeite naja und zähler Dieser Trainer, da wird es. Danke meine zu sehr fürs Tüchen, bis dann, Adrien, ciao.